Geometrische Formen Jetzt gibt es eine Reihe von grundlegenden geometrischen Formen, die bei vielen Anwendungen in der Computergrafik immer wieder eine Rolle spielen. Und weil wir die, wie selbstverständlich, bei vielen Beispielen immer verwenden wollen, werde ich die kurz einmal anreißen. Zunächst einmal die Gerade oder Äquivalent für uns der Strahl. Das ist die Menge aller Punkte auf einer Linie. Und dafür gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die zu repräsentieren. Die vielleicht bekannteste und einfacheste wäre, zwei Punkte auf diesem Strahl oder auf dieser Linie zu beschreiben. Damit hätten wir eindeutig damit auch die gesamte Gerade definiert. Was wir häufig verwenden als Repräsentation, ist ein wenig anders. Wir beginnen zunächst mal mit einem Punkt auf den Strahl. Und von diesem Punkt aus geben wir einen Richtungsvektor an. Dieser Richtungsvektor kann eine beliebige Länge haben. Häufig ist auch der wieder normiert, sodass er die Länge 1 hat. Und wir geben zusätzlich eine Laufvariable, zum Beispiel Lambda, an, mit der wir diesen Richtungsvektor jetzt skalieren können. Und auch damit, mit dieser Beschreibung, ausgehend von unserem Startpunkt und dann beliebig weit entlang des Richtungsvektors können wir jetzt alle Punkte der Gerade oder des Strahls erreichen. Insbesondere natürlich können wir mit negativen Werten von Lambda auch die Punkte erreichen, die hier in der entgegengesetzten Richtung liegen. Und diese Repräsentation werden wir dann auch in den kommenden Beispielen, wann immer wir eine Gerade oder einen Strahl verwenden wollen, wiederverwenden. Das ist eine sogenannte parametrisierte Darstellung, weil wir hier einen Parameter, eine Laufvariable, hier mit Lambda bezeichnet haben, mit der wir dann an die einzelnen Punkte, die auf der Struktur zu finden sind, herankommen können. Das Zweite, was wir betrachten, ist eine Ebene. Und auch dort wird wahrscheinlich traditionell und in der Schulmathematik eine Beschreibung durch drei Punkte im Raum gewählt. Wenn man drei Punkte einer Ebene kennt, dann ist damit eindeutig auch die Ebene definiert, zumindest solange diese drei Punkte nicht auf einer gemeinsamen Linie liegen. Dann wäre damit noch nicht eindeutig eine Ebene beschrieben. Aber auch hier wollen wir alternativ eine solche parametrisierte Darstellung betrachten, beziehungsweise gleich sogar noch eine weitere implizite Darstellung. In der parametrisierten Form haben wir also wieder einen solchen Startpunkt, einen Aufvektor, einen beliebigen Punkt der Ebene. Und von dem ausgehend haben wir jetzt zwei Richtungen. Ich habe sie hier als U und V bezeichnet. Beide haben wieder so eine Parametrisierungslaufvariable, zum Beispiel Lambda U und Lambda V. Und mit dieser Darstellung können wir nun wieder alle Punkte in der Ebene erreichen, indem wir sagen, wir laufen Lambda U weit entsprechend des Richtungsvektors U und wir laufen Lambda V weit entsprechend des Richtungsvektors V. U und V sind also zwei Richtungsvektoren, die innerhalb der Ebene verlaufen. Und was wir schon kennengelernt haben, wenn wir das Kreuzprodukt aus U und V berechnen, dann bekommen wir einen normalen Vektor, also einen Vektor, der senkrecht auf der Ebene steht. Und dieser normalen Vektor ist tatsächlich dann auch die Basis für die zweite, die alternative Beschreibungsform einer Ebene. Und wie schon angedeutet, werden wir meistens mit dieser Normalform der Ebene arbeiten. Wie funktioniert die nun? Auch da brauchen wir einen Punkt der Ebene, aber dann brauchen wir nicht zwei Richtungsvektoren, die sich in der Ebene befinden, sondern wir verwenden eben diesen normalen Vektor der Ebene. Und dann können wir implizit alle Punkte der Ebene beschreiben. Das wären die Punkte X, die nämlich folgende Eigenschaft haben. Wenn wir die Koordinaten von X mit unserem normalen Vektor multiplizieren und dann subtrahieren wir von dem Ergebnis den einen Punkt der Ebene, den wir kennen, multipliziert mit dem normalen Vektor. Das hier beides sind jeweils Skalarprodukte. Dann muss genau Null herauskommen für all diejenigen Punkte, die sich innerhalb der Ebene befinden. Tatsächlich, was wir hier de facto berechnen, ist der Abstand vom Ursprung. Und das wiederum wird verglichen vom Abstand des Ursprungs unseres Punktes P, jeweils entlang des normalen Vektors. Und alle Punkte der Ebene haben eben die Eigenschaft, dass sie genau den gleichen Abstand haben wie unser einer Punkt P. Das hier, wie gesagt, ist eine implizite Darstellung. Wir können also für einen beliebigen Punkt X zunächst einmal nur beantworten die Frage, liegst du in der Ebene ja oder nein? Aber durch geeignete Umstellungen lassen sich damit noch viele andere Fragen beantworten, die wir möglicherweise an einer Ebene haben. Und mit Hilfe von dieser normalen Form unterteilen wir den Raum jetzt tatsächlich in zwei Teilräume. Und das sollte Ihnen bekannt vorkommen von dem, was ich zu polygonalen Netzen schon gesagt habe, nämlich einmal den Teilraum auf der positiven Seite der Ebene. Das wären diejenigen, bei denen diese implizite Normalform einen positiven Wert liefert. Also x mal n minus p mal n ist irgendetwas größer als 0. Ein solcher Punkt X, der diese Eigenschaft erfüllt, befindet sich auf der positiven Seite der Ebene, also die Seite, in die die Normale zeigt. Oder auf der anderen Seite, wenn x mal n minus p mal n einen negativen Wert liefert, dann wissen wir, dass sich der Punkt auf der negativen Seite der Ebene befindet, also entgegen der Richtung der Normale. Schon kennengelernt hatten wir den Fall mit gleich 0. Das wären all diejenigen Punkte, die genau auf der Ebene liegen. Und zum Abschluss noch eine letzte Form, nämlich die Kugel. Und auch die wollen wir so implizit beschreiben, wie wir das eben bei der Ebene kennengelernt haben. Eine Kugel ist ja definiert zum einen durch einen Mittelpunkt und dann zusätzlich einen Radius. Der Mittelpunkt ist so dimensional wie der Raum, in dem wir uns befinden. Also im 2D bei einem Kreis wäre das ein zweidimensionaler Vektor. Im 3D bei einem 3D-Raum bei einer Kugel wäre das ein dreidimensionaler Vektor, während der Radius immer ein Skalar ist. Und die Menge aller Punkte, die sich jetzt auf der Oberfläche dieser Kugel befinden, die können wir beschreiben, indem wir sagen, wir bilden zunächst mal den Differenzvektor aus der Position, die wir hier betrachten wollen, und unseren Mittelpunkt. Und dann bestimmen wir die Länge, oder in dem Fall die quadratische Länge, dieses Differenzvektors und ziehen davon das Quadrat des Radius ab. Hier bilden wir tatsächlich das Skalarprodukt, sodass da auch ein skalarer Wert rauskommt. Also der quadratische Abstand minus dem quadratischen Radius. Genau wenn dieser Wert 0 liefert, dann wissen wir, dass der Punkt x sich auf der Oberfläche befindet. Und auch hier haben wir die gleiche Eigenschaft. Wenn hier insgesamt ein negativer Wert rauskommt, dann wissen wir, dass der Punkt sich im Inneren der Kugel befinden muss. Und wenn hier insgesamt ein positiver Wert herauskommt, dann wissen wir, dass sich der Punkt außerhalb der Kugel befinden muss. Und damit haben wir auch schon einen Innen-Außen-Test mitgeliefert bekommen. Wir können also für eine beliebige Position p jederzeit berechnen, ob sie sich in der Kugel oder außerhalb befindet. Ganz einfach dadurch, dass wir diesen Punkt p in unsere implizite Kugelbeschreibung einsetzen und dann gucken, ist der Ergebniswert negativ, positiv oder 0. und daraus können wir dann schließen, ob der Punkt sich im Inneren, im Äußeren oder direkt auf dem Rand auf der Oberfläche der Kugel befindet.